Und das lügen wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Der Kampf gegen die unsinnige Handverbotspolitik ist ein internationaler. Jetzt will ich euch einen Redner vorstellen. Damit wir den angemessen begrüßen können, müssen wir aber erstmal üben. Wir müssen nämlich jetzt die Sprache eines Landes lernen, das zu Unrecht in den letzten Monaten in unseren Medien als Schmarotzerstaat gilt. Dabei ist es ein Land, dem wir alle einen Teil unserer Kultur, einen Teil unserer Identität verdanken. Ich spreche von Griechenland, dem es weiß Gott nicht aufgrund der Menschen dort scheiße geht, sondern weil gierige Banker den Hals nicht voll kriegen können. Und damit wir den Vertreter des griechischen Legal Ice Movements anständig begrüßen können, bitte ich euch jetzt alle mal um ein freundliches HELLAS! HELLAS! HELLO! HELLO! auch in Griecie, in Hellas, und überall auf dem Weltkrieg. Meine 5 Freunde, Sie müssen sich daran erinnern, dass die Krieg des Cannabis, die globale Krieg, diese Weltkrieg, die nie aufhörst, ist bereits vorbei. Die globale Ordnung der Fasistik, die uns durch die Polizei und durch den Black Market der Cannabis, überall auf dem Weltkrieg, ist bereits hinter uns. Wir müssen uns auf unsere Zukunft schauen. Hemp ist ein Teil unserer Welt. Kann sein Teil, um den Planeten zu retten. Das ist meine Welt hier, um dich zu erinnern. Ich komme aus einem Land, der jetzt ist bereits verabschiedet, durch diese Fasistik, globale... Ich kann nicht, ich habe die Welt, die uns kontrollieren. Ich kann auch sagen, dass die Cannabis, die Griecie, die Griecie und diese Ökonomische Krise zu retten. Wir haben den Planeten. Und ich kann euch die Grüße geben, aus dem Regen des Legalisierung in Griecie. Ich hoffe, dass ihr alle von uns, das nächste Jahr 2013, in Athens, in the Greek-legalized pro-testival Athens 2013. Ich hoffe, dass ihr alle da seid. Wir brauchen unseren Unterstützung. Wir brauchen unseren Unterstützung. Wir brauchen unseren Unterstützung. Und wir bringen euch unsere Kraft hier in Berlin. Und wir brauchen unsere Kraft hier in Berlin. Diesen Planeten kann sein... Diesen Planeten kann sein... Diesen Planeten kann sein... ... das beste Dingern unserer Minderung... ... und unserer Minderung... ... für diese Welt. Ich will nicht viel mehr sprechen. Ich will sehen Sie später. Die Grüße geben Sie ein depth. Die Grüße geben Sie ein! Die Grüße geben Sie ein. Vielen Dank.